hey ho herzlich willkommen zurück zu payday 2 ich habe jetzt nicht aufgepasst was das für ein part war, ich glaube part 5 müsste es gewesen sein und ja wir versuchen uns jetzt mal in der schwierigkeit schwer und ich glaube das ist machbar oder kriegen wir hin wir dürfen heute kochen was gibt es denn alles klar das ist der kochwettbewerb ja dann mal los oder also 20 minuten plus minus haben wir noch hauptsache er fängt an direkt zu ballern alter wie ich meine waffe aufgerüstet habe leck mich am arsch sexy das habe ich du hast so eine clownsmaske auf nein ich habe wieder den komischen wagen ich habe keine aus verteidigt euch verteidigt euch und kocht meff hat heisenberg angerufen oder was konnte gerade irgendwas drücken alter wie wo richtig ab hier irgendwas ist da unten benötigt salzsäure gut dann müssen wir irgendwie salzsäure finden alter what the damn ich lasse mal machen jetzt ich hoffe das war gut du hast noch zwei sachen hier ja du kannst du mal noch okay irgendwie ist der strom aus und kritz ist fast tot hier ist der strom hier ist der strom so hängst du rum da unten ja ich habe lieber den strom angestellt ganz ehrlich ich habe die absurde nicht gesehen alter squatteam wie nur so auf dem sack so warm möglich angezeigt wahrscheinlich zack an dem da haben wir alles jetzt kannst du kochen jetzt kannst du kochen jetzt kannst du kochen jetzt kannst du kochen eine sechsten chemie na herzlichen dank egal lassen wir jetzt drin kann ich jetzt nicht raus kann ich raus ich höre keine sorge schneide ich einfach raus ist nie passiert doctor on tell the citizen ey 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 ich bin momentan gut am schneiden also hier ne ich ähm gebe dem ganzen jetzt hier nochmal one last try quasi wenn wir es jetzt verkacken dann sehen wir das endergebnis in der nächsten folge also höh was habe ich für waffen ah du hast auf erzer geklickt jetzt ist alles weg ja ja den bug habe ich auch manchmal ist hier kein bug wie ist alles weg ich habe heisenberg gerade irgendwo war danach kommt chlorwasserstoff und dann kommt das andere dann kommt das christian heisenberg vom payday christian heisenberg ist der schön beton die also zuerst zuerst estertron oder was ich meine das estertron Das war auch das Gefühl, dass es falsch war. Ja, das wars dann auch schon wieder. 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5. Gut, Leute. Das wars dann auch schon mit dem... Nein, 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 einfach Zeit. Okay, no, okay, no, okay, no. Nene, nene, nene. So geht das nicht. Ja dann, Cliffhanger. I don't give a fuck. Ich schneide doch so gerne. Nene, aber so, so gern dann jetzt auch nicht. So, ich bin jetzt ein Arsch und es gibt jetzt den nächsten Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir es hoffentlich hinbekommen, endlich Meff zu kochen. Haut rein, bis die Tage und tschau.